Der Alsterpavillon Der Alsterpavillon war also bekannt als Swing-Treff für alle Swings. Da waren also die Swings aus Barmbich, die Swings aus St. Pauli, Swings von Eppendorf, die Swings von, also die ganz vornehm, die versnobbten Swings und die Polo-Swings aus St. Pauli. Und die sonst keine Berührungspunkte hatten, aber im Alsterpavillon trafen sie sich. Und auch nicht immer, sondern nur, wenn dort Bands spielten, von denen man wusste, dass sie Swing-Musik im Repertoire hatten. Das war natürlich auch für die Bands nicht ganz einfach, aber da gab es dann so, also ich erinnere mich zum Beispiel an die Band von Arne Hülfers, das waren Schwede, dann von Teddy Petscher, das waren, also der nannte sich Teddy Petscher, war aber natürlich kein Engländer. Die meisten Bands, die dort spielten, kamen aus den besetzten Gebieten Europas, also Holland, Dänemark, Schweden oder Schweden, neutrale Gebiete auch oder Norwegen oder vor allen Dingen aus Belgien kamen sehr viele. Und dann gab es dort diese Band von John Crystal aus Amsterdam. Und John Crystal, der hatte überhaupt keine anderen, nichts in seinem Repertoire, was nicht angloamerikanischer Originalswing war. Also der hat da zweimal gespielt, das endete jedes Mal mit einem riesen Eklat. Das eine Mal sehr, das andere Mal, da wurde das dann also ziemlich schnell unterbunden von der Gestapo, obwohl ich bis heute also glaube, dass da irgendwie eine Querverbindung war von der Gestapo zu John Crystal und dem Besitzer des Alsterpavillons. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, denn es war für die Gestapo, die ja Jacht machte auf die Swings, war das ein, also wirklich ein Präsentierteller für die Hamburger Swings. Und die haben das auch immer so gemacht, dass sie warteten bis, also meistens war es der letzte oder der vorletzte Abend mit dieser Band im Alsterpavillon. Und das begann übrigens schon mittags, also am frühen Nachmittag, weil der Krieg war fortgeschritten und wenn es anfing dunkel zu werden, dann kamen da schon die Fliegeralarme, also dann musste das vorbei sein. Und dann hatten sie alle Hamburger Swings praktisch auf dem Präsentierteller, naja und dann war man da plötzlich, war man da zu 150, 200 Swings, waren denn da einkassiert worden. Und die wurden dann so nach und nach verhört, dann stand man da, also das hieß ja Spiegelsaal, warum weiß ich nicht, also Spiegel waren da nicht. Aber es war so ein Riesenraum und da musste man an der Wand stehen, Gesicht zur Wand und immer in Habachtstellung und man bewegte sich, dann wurde man erstmal zusammengeschlagen. Auch wenn man da rein kam, also runter von den Wagen und dann da über den Hof und dann rein, da standen dann die SS-Leute da und dann wurden man erstmal gottsjämmerlich verprügelt. Naja, verprügelt, das ist ja nicht so wie junge Leute heute, wir waren ja schon in der Schule immer verprügelt worden. Also wir waren da so im Prügelnehmen, da waren wir ziemlich abgehärtet. Der Fşalk F pluszy mit der Flyfly Der Fletark Fluderü ist jaes Nesigari Die Longs Fluderü ist jaes Nesigari Die Flaken Fluderü ist jaes Nesigari Drei N gods, tri Deaux, tri Deaux Und wenn du letterерde anterschst, Puis wenn du nie traubiger wofür inё προ auslые Und bei diesem Treu-Deutsch weiß ich noch genau, da war mir beim ersten Mal sehr mulmig zumute. Treu und Deutsch, das war ja das Höchste, hatte ich gelernt, zu Hause, in der Schule, überall, das Höchste überhaupt. Ja, das konnte man doch nicht verhonepiepeln, wie man damals sagte, das ging doch gar nicht. Aber ich habe mich sehr schnell, sehr schnell gewandelt und das war, also was wir dann später noch gemacht haben, das war noch, ach, das setzte dem ja noch die Krone auf. Aber da war ich schon restlos, restlos geheilt vom Treu-Deutschen. Ja, das war ja das war ja das war. Ja, das war ja das war ja das war. Untertitelung des ZDF, 2020